Hallihallo und willkommen zurück zu unserem kleinen Überlebenskampf. Ja, es ist gerade dabei, Nacht zu werden, deswegen... Dumm gelaufen, müssen wir halt hierbleiben. Macht aber nichts. Vielleicht kann ich ja noch irgendwas Besonderes hier machen, zum Beispiel gucken, was ich überhaupt so alles hab. Ist ja jetzt auch schon wieder eine Woche, zwei Wochen her, dass ich gespielt hab. Das Zeug, das lass ich erstmal noch dort, weil ich noch keinen Kühlschrank hab. Kühlschrank ist nämlich wichtig. Sonst wird das Zeug nur ganz schnell schlecht. Und das wollen wir ja nicht. Ich bin auch doof, eigentlich hab ich ja hier Dingens und so. Holzkohle. Sollte man vielleicht auch mal nutzen, wenn man's schon hat, aber naja, gut. Dummheit. Was hast denn du noch dabei? Achso, nur diesen Feuerstab. Gut. Okay. Ja, ja. Dann würde ich sagen, ich koche mir nochmal was. Äh, ja. Es wird jetzt nichts Besonderes, was ich hier koche, aber Hauptsache es wird was. Das nehme ich dann nochmal mit, wenn wir unterwegs sind. Also ich meine, diese Fleischbällchen haben wir ja schon. Die machen ja relativ stark satt. Und jetzt gibt's noch sowas wie, ich glaub, Ratatouille oder so krieg ich jetzt noch. Ich hoffe es jedenfalls. Lölölölölölölölölölö. Nacht ist vorbei. Ach nee, wir haben was anderes, als das ist... Ratatouille. Ach doch. Gut. So, Holger, dann kommen wir mit. Äh, Holger, jetzt nenne ich schon alle Begleiter Holger, oder was? Ich bin doch dämlich. Ich meine natürlich hier Chester, ne? Holger ist ja woanders. Sollte ich mir vielleicht mal merken. Nehmen wir noch ein paar Bäumchen mit. Wir haben nämlich überhaupt kein Holz mehr irgendwie. Es sind nur noch drei Stück und das ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Ganz dezent. So, dann nehmen wir mal den ganzen Kackchen mit. Wir haben klein mal was Neues pflanzen. Hier ist wirklich alles leer, ich hasse das. Ich meine, es ist ja schön und gut. Ich bin schon in einem Wald, wo nichts ist, aber wenn dann nicht mal Bäume da sind, ja, dann wissen wir schon, wozu das da ist. Ich wollte ja zuerst mal nach dem, äh, Kolefanten gucken. Ich glaube, so heißt der. Ich weiß es immer noch nicht, gebe ich offen zu. Ich wusste es zwischendurch wieder, aber jetzt habe ich es wieder vergessen. Bin ich überhaupt... Oh Gott, das dauert ja ewig, bis ich da bin. Ja gut. Ach ja, wenn ich schon mal dabei bin, vielleicht sollte ich ja noch ein paar Gräber umgraben. Bin ja in der Nähe. Fast schon. Da sollte das eigentlich kein Problem sein. Aber den Baum will ich noch mitnehmen. Genau diesen. Genau diesen will ich haben. Wunderbar. Das nehmen wir auch noch mit. Dann gib mir das ganze Zeug hier. Das wollte ich eigentlich nicht haben, aber gut. Das kommt da hin. Eigentlich ist es ja viel schlauer, wenn man sein Essen in den Rucksack rein tut, weil... Wenn man jetzt zum Beispiel stirbt, wegen einem Angriff von, äh, sagen wir mal Spinnen. Und dann bleibt ja alles liegen dort, wo man stirbt. Dann ist es ja so, dass die Spinnen das Fressen, was liegen bleibt. Also die, die, die... Nahrungsmittel. Na toll. Wie viele Gräber habe ich noch übrig? Ja, genau. Brauche ich ganz dringend. Ich bin mir doch so ein verdammten... Oh Gott, es wird schon wieder schimmrig. Nein! Das ist übrigens ein Geist. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Weeg. Nimm mal das hier. Vielleicht hilft das ja. Nein, 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 nein. Oh, jetzt habe ich ein Böse gemacht. Hups. Vielleicht hätte ich das nicht tun sollen. Nee. Stirb doch mal. Ach, jetzt ist der Stab kaputt. Gut, dann muss ich halt mein Leben aufopfern. Für so ein Mist hier. Stirb schon. Stirb schon. Stirb schon. Stirb schon. Stirb schon. Danke. Äh, mir geht es gar nicht gut. Na super. Danke. Erstmal was essen. Ich habe ja gewöhnt und Hunger gekriegt. Gut, dann würde ich sagen, jetzt ist es Zeit, wieder Blumen zu pflücken. Mann, ich will doch nur so ein Kackstipp Metallschrott. Wieso kriege ich das nicht? So grässlich. Leute, bitte. Wo bin ich hier eigentlich? Äh, ja. Da sind, glaube ich, keine Blumen. Kannst du vergessen. Blümchen. Blümchen. Ach, Tester, warte mal. Oh, ich fange schon an zu brennen. Mal wieder. Nimm mal den Kack hier. Danke. Oh. Asche. Ja, super. Brauche ich ja ganz dringend. Ach ja, ich habe eine Idee. Mir geht es übrigens auch besser, wenn etwas ganz stark brennt, weil ich ja so ein Feuerteufel bin, sozusagen. Ja, es geht schon wieder nach oben. Geht es vielleicht noch ein bisschen mehr nach oben oder war es das schon wieder? Ich brauche eh noch ein bisschen Holzpulte, also von dem her. Ja, das geht aber nicht wirklich schnell nach oben, muss ich sagen. Schade. Ich hatte gehofft, aber naja. Hey, da ist Fleisch. Ich glaube, ich habe aus Versehen einen Vogel da drin getötet. Übrigens, dieses, ähm, das Vieh da, das ist ein Truthahn und die fressen Bären von Büschen. Kriegt man aber so eigentlich nicht. Es wird schon wieder dunkel. Man sieht wieder absolut gar nichts. Na super. Ich kann das leider auch nicht anders einstellen, dass man da vielleicht ein bisschen mehr sieht. Gerade wenn man im Wald ist, sieht man absolut gar nichts. Nachts halt. Und auf YouTube vor allem. Aber ich hoffe, es geht trotzdem. Ich kann Ihnen erklären, was ich tue. Ich, äh, äh. Ja, also, ich grabe Holzstücke aus. Und ich mache abgebrannte Bäume kaputt. Und, ja, und so weiter. Mir geht es immer noch nicht besser. Es wird schlimmer. Hier sind keine Blumen. So ein Kack. Ich sehe nicht mal mehr, was ich hier überhaupt mache. Also selbst ich habe Probleme mit der Dunkelheit. Hehe. Hilft das vielleicht? Wow, jetzt sehe ich aber viel. Glücklicherweise ist dieses Feuerzeug, äh, endlos. Heißt, es brennt für immer. Eben weil das ja dieses besondere Item für das Mädchen ist. Also andere Charaktere haben halt andere Vorzüge. Sag ich mal so. Da ist eine Blume. Da ist schon wieder so ein Scheißvieh. Ich hasse das. Nein, friss das nicht ab. Oh, jetzt dachte ich schon. Hat es nicht gefressen. Gut. Das ist wahrscheinlich, weil es schon dunkel geworden ist. Da renne ich nämlich auch nicht so rum. Noch eine Blume. Blumen sind wichtig. Blumen und Bären. Was können wir eigentlich mal da drauf machen? Ähm. Ah ja, gut. Gehe ich hier oben lang. Ich will ja sowieso noch den, den... unseren kleinen neuen Freund einsperren, damit er ja nicht mehr rauskommt. Und ansonsten ist es jetzt gerade dunkel. Gut, dass ich mein Feuer habe. Das ist eben das Beste an dem Charakter. Oh je, oh je. Oh, jetzt sehe ich gar nicht mehr, wo ich bin. Haha. Äh, wo war denn eigentlich der Elefant? Ach, da oben. Ich höre ihn ja schon. Haha. Da müsste noch hier drin sein, oder? Ja, ich glaube, ich habe ihn gerade aufgeweckt. Ich mache mal Licht. Ich will mir eh was zu essen machen. Ähm. Da. Oh, kleiner Mann. Na, wie geht's dir? Hast du mich vermisst? Oh. Ne, das will ich eigentlich nie. Ich will eigentlich erst mal das hier essen. Das macht mich nicht wirklich satt. Das kann man noch essen für die Gesundheit. Und dann, äh... Wo ist er? Ist er? Hat er es ja hier reingeschafft? Ach, da ist er ja. Gut. Ja, jetzt schläft er wieder. Jetzt ist er wieder aufgewacht. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Es ist ja schon wieder hell. Ja. Ich würde sagen, ich brauche mir noch mal eine Möhre. Einfach nur wegen dem Hunger. Und dann, äh... Gucken wir mal, dass wir den irgendwie einsperren, dass ich noch reinkomme, aber er nicht mehr rauskommt. Chester, du bist da voll im Weg. Danke. Ähm. Vielleicht sollte ich ja Rechtsklick machen, ja. Sorry. Ähm. Da hin. Und da hin. Äh, das soll das da nicht reinrennen, das soll das da einfach hinmachen. Gut. Und dann noch da hin. Ähm. Und dann noch da hin. Soll ich noch durchkommen, aber er kommt nicht mehr durch. Perfekt. Perfekt. Gut. Dann, äh... Gucken wir uns irgendwas anderes noch an. Irgendwo hier unten vielleicht. Vielleicht finde ich ja noch ein paar Blümchen. Wie geht's mir? 60. Ja, es geht. Es geht. Hier ist ja auch gar nichts. Ah. Ah ja, hier ist Ende. Ende Gelände. Hier auch. Ja, Wahnsinn. Wohnen sich ja voll. Schwester hört sich lustig an. Hi. Wo geh ich denn jetzt mal hin? Ich glaube, ich geh mal hier so hin. Ja. Ja, ja. Ja, kann man mal hin. Warum nicht? Vielleicht finde ich ja doch noch... ...ein Schweinedorf. Wär ganz nett. ...oder Blumen. Das wäre auch ganz nett. Ich will eigentlich noch mehr Gräbe umgraben. Weil dieser Metallschrott ist wirklich wichtig. Ich will nämlich mein Essen auch irgendwie aufbewahren. So, das nehme ich gerne mit. Das da auch. Ich könnte mir ja eine neue Blumenkrone machen. Das wäre eigentlich eine ganz gute Idee. Dann geht's mir auch nicht so schnell wieder so schlecht. Hofft man zumindest. Wie viele brauche ich dafür? Ich glaube, zwölf. Aber hier sind ja so einige. Das da auch. Das da auch. Man kann übrigens Schmetterlinge auch jagen. Also töten in dem Sinne. Nur darf man sie vorher nicht erschrecken, weil sonst kriegt man die nicht. Wir sind nämlich relativ langsam. Äh. Elf. Eine fehlt noch. Da. Wunderbar. Und mir geht's wieder super. Ja, das ist ja super. Super hoch zwei. Haha. Ja. Da habe ich voll nichts dagegen. Auch nicht gegen diese Möhre. Das Kaninchen lasse ich mal in Ruhe. Das Kaninchen kann man übrigens selber nicht jagen, weil die zu schnell sind. Außer man hat natürlich sowas wie einen Feuerstab, der nichts bringt. Hahaha. Okay. Was ist denn hier unten? Nichts. Gut. Nur Wasser. Ich will natürlich die Gegend noch ein bisschen erforschen, damit ich weiß, wo was ist. Hm. Und ich hoffe natürlich auf ein Schweinedorf. Oder irgendwas anderes Tolles. Keine Ahnung was. Irgendwas. Irgendwas, worüber man sich freuen kann. Zum Beispiel ein Skelett vielleicht, das irgendwas Besonderes bei sich hatte. Oder einen Wiederbelebungsschrein. Da kann man nämlich auch nicht genug davon haben. Die sind echt geil. Da habe ich es ja in meinem privaten Spielstand geschafft. Da habe ich nach Büffeln gesucht. Und bei den Büffeln war halt so ein riesiger, also so ein Spinnennest. Und es gibt ja die Kleinen, die Mittleren und die Großen. Und aus den Großen können riesige Spinnköniginnen kommen. Also das ist mit einer Wahrscheinlichkeit von Frag mich nicht. Und dann kam natürlich so eine Spinnkönigin raus. Und die macht ja permanent neue Spinnen. Und da dachte ich mir so, ja. Trigger ich die mal und führ die dann zu den Büffeln. Die Büffel, die machen das schon. Ja, falsch gedacht. Die Büffel sind dann irgendwann tot gewesen alle. Außer die Kleinen. Die Kleinen haben sie merkwürdigerweise in Ruhe gelassen. Und dann waren die natürlich hinter mir her. Und da dachte ich mir so, naja, ich könnte ja ab und zu mal eine töten. Oh, ein Frosch. Töte ich den? Töte ich den? Ich will den töten. Gibt es nämlich Froschbeine. Aber so. Hat mir ja nur meine Samen geklaut. Jetzt habe ich Froschbeine. Oh, Spinn. Na toll. Super. Ne, jedenfalls. Hat natürlich nicht so geklappt, wie ich dachte. Im Endeffekt bin ich dann gestorben. Und dann waren meine ganzen Sachen da. Aber glücklicherweise bin ich in der Nähe wieder, äh, wiederbelebt worden. Und da bin ich dann nochmal hin, wollte meine Sachen holen, bin ich nochmal gestorben. Und als ob das nicht gereicht hätte, bin ich nochmal gestorben, weil ich nochmal meine Sachen holen wollte. Dumm, ne? Aber zum Glück hatte ich so viele Wiederbelebungsschreine. Also ich lebe immer noch in meinem privaten Spielstand. Aber meine Sachen liegen noch da. Ne, obwohl, ich glaube, ich habe sie dann geholt. Aber mein ganzes Essen war weg. Weil die Spinn das halt gegessen hatten. Und ich ja dummerweise das Essen nie in den Rucksack packe. Weil ich dumm bin. Keine Ahnung. Ich habe Hunger. Wo bin ich hier? Oh, scheiße. Ich hasse das, wenn das so nicht zusammen gehört. Muss man immer ewig weit das Wasser umgehen. Au. Nicht gut. Gar nicht gut. Gut.